Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um das wundervolle Thema Prokrastination. Was kann ich tun, wenn ich die ganze Zeit das Falsche tue, wenn ich genau weiß, was ich eigentlich tun sollte, aber irgendwie passiert es nicht. Und, oh, was war das wieder für ein Katzenvideo. Und eingehen möchte ich auf einen Mythos, der sich sehr hartnäckig hält, der einfach falsch ist. Und zwar der Mythos der Willenskraft. Der Mythos des Tschakka, du kannst das mit dem Kopf durch die Wand, du musst es nur wollen. Ja, aber was, wenn du es wirklich willst und du willst es wirklich und trotzdem passiert es nicht. Das kann super frustrierend sein. Man kann sich vorkommen wie der letzte Trottel, der es einfach nicht gebacken kriegt und sich denkt, was ist mit mir verkehrt? Was stimmt mit mir nicht? Warum schaffe ich es nicht, diese vermeintlich einfache Aufgabe umzusetzen? Was ist da los? Und der Hintergrund ist, dass wir einen inneren Beschützer haben. Und diesen inneren Beschützer kann man auch das innere Kind oder den inneren Kritiker nennen. Ich finde Beschützer persönlich irgendwie liebevoller und weniger angsteinflößend als der böse innere Kritiker. Deswegen nutze ich dieses Wort gerne. Und dieser innere Kritiker will uns beschützen vor bösen Sachen, vor Sachen, die potenziell bedrohlich sind in unserem Leben. Und dieser innere Kritiker ist leider wie Windows 95. Das heißt, der hat wenig mit der Realität zu tun. Es ist einfach ein Computerprogramm so gesehen, der in seiner isolierten Welt lebt, ohne Fenster nach außen und irgendwann mal was gelernt hat. Das heißt, es kann sein, dass irgendwas in deiner Kindheit passiert ist, wo er gelernt hat, wenn ich XY mache, ist das gefährlich potenziell. Wenn ich erfolgreicher werde, als ich gerade bin, ist das nicht gut für unser Überleben. Lass uns das auf keinen Fall tun. Lass uns lieber ein bisschen kleiner spielen. Und auf der anderen Seite ist aber dein Bedürfnis zu wachsen, größer zu werden, als das, was Windows 95 mal vorgesehen hat, wie man mit Computern umgeht. Und dann stößt du an diese Grenze, die sehr unangenehm sein kann. Das heißt, da kommen dann Gefühle vielleicht an die Oberfläche, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind. Oder Glaubenssätze. Und was dann ein anderer Teil von uns macht, ist, lass uns dem ausweichen. Lass uns irgendwas tun. Lass uns uns ablenken. Weil ablenken ist besser, als diesen inneren Konflikt und dieses innere Dilemma uns anzuschauen. Weil es gibt ja eh keine Lösung. Ein Teil von mir möchte wachsen. Der andere Teil von mir möchte mich beschützen und möchte das nicht. Das ist so eine Art Stellungskrieg, könnte man sagen. Und das verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und genau deswegen ist es nicht hilfreich, wenn Leute sagen, Tschakka, du musst es nur wollen. Mit Willenskraft, also mehr von der einen Kraft, kannst du gegen die andere Kraft, die auch in dir ist, einfach kämpfen. Weil, ja, wenn du gegen dich selbst kämpfst, frage, wer gewinnt. Meiner Erfahrung nach gibt es leider keine Gewinner, sondern du bist genauso stark wie du selbst. Das heißt, egal wie viel Willenskraft du aufbringst, du wirst mit genauso viel Kraft, oder beziehungsweise dein innerer Beschützer wird mit genauso viel Kraft reagieren. Und die Lösung ist die Warum-Kraft. Das heißt, dir bewusst zu machen, warum möchte ich das Ganze und deinen inneren Beschützer damit einzubeziehen. Das heißt, ihn nicht als Gegner anzusehen, den du platt machen musst, sondern zu sagen, hey, was, wenn wir uns verbünden und die gesamte Kraft geht in eine Richtung. Und das funktioniert dadurch, dass dein innerer Beschützer mitbekommt, dass es sicher ist, deinem Herzen zu folgen. Das zu tun, was du entweder tun willst, oder vielleicht ist es auch eine Sache wie die Steuererklärung, die du auf keinen Fall tun willst, aber du weißt, das muss einfach gemacht werden. Und auch das ist gut für dein Überleben und, ja, um andere unangenehme Konsequenzen zu vermeiden. Irgendwie kommt bei mir um das Thema Buchhaltung und Steuern. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich bin kein Buchhalter. Genau, das heißt, wie konkret du das machen kannst, ist zum Beispiel auf einen Spaziergang zu gehen, dir einfach eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, was zum Schreiben zu nehmen und deinen inneren Beschützer einfach reden lassen, ihm zuhören überwiegend. Wir reden ja alle sehr gerne und zuhören ist nochmal eine andere Sache. Das heißt, du wirst deinen inneren Beschützer nicht überzeugen können davon, dass das sicher ist, was du tun willst. Du kannst ihn zuhören, ihn verstehen und dann Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn er sagt, naja, wenn wir jetzt ein bisschen erfolgreicher werden oder wenn wir diese eine Sache erledigen, dann könnte ja XY passieren. Dann kannst du sagen, hm, das verstehe ich. Was könnten wir denn tun für den Fall, dass XY passiert? Können wir dem vorbeugen? Wie könnten wir das erledigen, was wir zu tun haben und gleichzeitig sicher sein? Das Tolle ist, dein Verstand wird dir Antworten liefern, weil darin ist er gut. Egal, was du für eine Frage hast, es wird eine Antwort kommen. Und so kann dein Verstand, dein innerer Beschützer, sich selbst davon überzeugen, einfach durch Erkenntnis, dass das, was er bisher ja angenommen hat, nicht die einzige Realität ist, sondern nur eine mögliche und dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Das ist genauso wie in der Eisdiele. Da können wir wählen zwischen Schoko, Vanille, Erdbeer, Stracciatella und was es sonst noch alles gibt. Dein Verstand nimmt in dieser Metapher an, es gibt nur Vanille. Vanille ist die einzige Option. Eis bedeutet Vanille. Komm, was wolle. Und wenn er plötzlich merkt, oh wow, es gibt so viele Sorten, dann wähle ich eine andere aus, die nicht so gefährlich ist wie eine Vanille. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel. Das führt dazu, dass dein innerer Beschützer plötzlich auf deiner Seite ist und ihr dann zusammen doppelt so viel Energie habt wie vorher. Das heißt, du brauchst deine Willenskraft nicht mehr. Du kannst sie einfach loslassen, entspannen, weil plötzlich dein innerer Beschützer sagt, los, komm jetzt, hör auf mit diesen ganzen Videos, wir haben hier was zu erledigen. Und das kann ich dir sagen, ist ein ziemlich cooles Gefühl, gerade wenn es die ersten Male auftaucht, wenn man merkt, oh wow, ich habe da eine innere Unterstützung. Ich muss das gar nicht alleine schaffen. Da ist quasi in mir jemand, der unterstützt mich dabei. Ja, das einfach, um mit diesem Mythos aufzuräumen. Erfahrungsgemäß spart das sehr, sehr viel Zeit. Es ist sehr viel entspannter. Es macht viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Und deswegen werde ich höchstwahrscheinlich einen Workshop zu diesem Thema anbieten, einen Mini-Workshop zum Thema Prokrastination. Wie kannst du damit aufhören? Und was steht da vielleicht noch gerade im Weg? Wenn es daran Interesse gibt, schreib gerne in die Kommentare, weil ich entscheide, ob ich den mache oder nicht. Je nachdem, ja, ob es Interesse daran gibt. Und das ist dann auch für dieses Video. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und dich auch gern unterstützen beim Thema Prokrastination. Wie gesagt, hängt von dir ab und von den anderen. Schön, dass es dich gibt und bis bald aus dem Wald. Und das ist dann auch für das Video. Und das ist dann auch für das Video.